Kurz nach Fertigstellung des Films brennt der auch als Sellafield bekannte Reaktor. Auf der Atomunfallskala ein ernster Unfall. Eine radioaktive Wolke war entwichen. Dutzende Menschen starben. In Sellafield kam es zu einem teilweise Chorverschmelzen und dabei sind große Mengen an Radioaktivität frei geworden. Aber man hatte Glück, die ist alles auf die See hinausgetrieben worden. Und ja, das war geheim. Man hat das sich mitgeteilt. Wir haben das ja erst sehr viel später erfahren. Und da war es auch noch geheim. Bis heute. Was da genau stattgefunden ist, wie viel an Radioaktivität frei geworden ist. Ja, wie gesagt, das ist alles unter militärischem Geheimnis.